Was geht auf den Leute? Wir sagen, wie der ein bisschen gibt. Ihr habt einfach einen geilen Gamer im Summit. Ich bin ein geileser Gamer. Kapuze, Kunran, Mario, Payne, Alex und all dem. Brrrrrrm. Hallo. Hallo. Kapuze ist eine geile Gamerin. Brauu. Kapuze ist ein geiler Gamer. Welche geileser Gamerin? Geil. Stopp. 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 Alter, das ist ne Festung. Da kann man nix machen. Ich will nicht gerammt werden. Spreng. Spreng. Dann bitte. Hauf ins Bein. Einfach gerade. Einfach gerade. Nicht an der Stelle. Oh, das sieht denn nice aus. Wer war das denn? Das war halt denn so nicht. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe auf einmal so unendlich viel Gas bekommen. Auf einmal wusch, warst du da. Jetzt kannst du nicht einfach was erfinden, was ich getan habe. Nee. Das war dein. In diese Runde nicht. Aber Manu. Wie heißt das, wenn du Wusen bekommst? Ja, ich habe nicht immer gerät, dass ich auf einmal so viel schneller bin. Eins. Komm, Speed. Okay, ich habe einfach Alarm raus. Nee, das ist leer. Ja, das... Oh, nicht Anna. Nicht Anna. Nicht Anna. What the fuck? Wow, das... Das ist die... Wow, wer ist denn da aus dem Blut in Gefallen? Was hast du für eine geile... Das ist für eine geile... Der ist Königreich. Was hast du für eine geile? Die geile. Das ist für eine geile, Alter. Das ist für eine geile. Das ist richtig geil. Das ist richtig geile, ne? Das kann man vom Tulem nicht reden, ja? Das ist einfach abwärts. Und die geile. Und die Strecke erst. äh, diese, das König, das, das King-König. Ich hab's nicht gecheckt, oder? King-Pin! Was hattest du denn da grad für Probleme, Alec? Ich flipper hier, oder was? Boah, tricky, ne? Das erinnert mich doch für weniger hier irgendwie. Oh, oh, jetzt muss man raten, oder was? Ja. Was sollst du Minimaps sehen? Das ist ein Pool. In der Burgen Pool. Die Königin... Julie, jetzt mach kein Hackpack! Ey, 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 ey! Ey, ich bin safe. Wir leben schon im Jahre 2069. Gunnar, gib Gas, die Verrückten kommen! Der Maru ist ganz zahm. Mit dem Strunk, mit dem angedeutet. Da musst du bestimmt ins Ziel fahren. Warte mal, zeig das nach rechts. Die Map ist richtig nice. Okay, weil's hier nach rechts geht. Richtig geil ist das. Ja, irgendwie, weil alles so klein, also weil alles so groß ist im Vergleich. Alles ist zu klein. Ich glaube, rechts rum wäre besser gewesen. Ich glaube, das ist kein Unterschied, oder? Ich fahr rechts. Ich fahr rechts. Jone ist der Feind. Er landst die Stich des Autos. Oh, du sparst ein paar Meter, wenn du rechts fährst. Oder wir müssen uns boosten, sonst widert das. Ich versteh nicht, warum wir mir sind... Oh, Bowlingkugel, links! Gute an die Bowlingkugel! Du weißt aber, was mit dem Fußball passiert ist, ey! Ja, aber die Bowlingkugel wollte ich auch schon. Ja, aber die Bowlingkugel wollte ich auch schon. Okay, oder? Jetzt komm ich wieder her, jetzt! Mach mal einer die Bowlingkugel da weg! Gehen sie nach vorne, Bait? Los, 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 hinterher, oder? Bleib! Wunderball, wunderball! Wunderball! Oh, das sieht böse aus! Oh Gott! Oh! Kann man einklemmen, oder, an der Rampe? Ja, da kann man einklemmen. Das habe ich schon vorher gesehen! Okay, der Pin bleibt einfach stehen. Was ist mein Lack zerkratzt? Ist das Ding so schwar, dass ich den Pin nicht umschmeißen kann? Von dran, da oben ist der Rampe! Ich darf mich rückwärts anziehen! Ist mir jetzt schon leid? Oh, Boos! Boos! Juhu! Hada, bist du noch da? Bist du das hinterher? Oh, jetzt kommt Boost! Hey, Kapuze, Alex! Es tut mir leid, wir wohnen haben, dass ich will werde! Was ist mit mir? Da hinter dir? Kapuze hat wieder einen Ausdau, ne? Man! Was ist mit mir? Was ist mit mir? Ganz halt ohne Windschatten mit dem Auto S-Strauch aufpassen! Ah, Leute! Alles gut! Seh nix, alles ist weiß, Juni! Drei! Drei! Kapuze das erste Mal hätte! Ich bin der erste Mal hätte! Ich bin der erste Mal hätte! Und Alex noch einmal umfährt! Das war einer zu viel oder zu wenig! Boah, die ist sogar cool im Manöver! Ich hab's gesehen, Alex! Das sah krass aus! Nee, es muss einer zu viel gewesen sein, Konrad! Zu wenig geht ja nicht, sonst hätte er ja weitergemacht! Das ist so geil! Ja, aber... Das geht ja nicht! Oh, noch eine Route jetzt! So, jetzt! Noch eine Runde! Los, oder? Komm jetzt! Gas! Action! Fliegen! Fliegen Sie Gas! Endshaltung! Fliegen! Fliegen! Mit der Ideallinie fahren, ja! Tag! Es gibt kein Ideallinie, wir haben das geradeaus! Ich glaube, wir fallen ein bisschen schneller mit dem Auto, aber ja! Auch eine Ideallinie! Lass mal die Pins umstoßen, Kapuze, alle! Links und rechts, nur rechts! Kannst du das nicht bei der linieren Optimierung? Alex, mein Auto wird zur Würfel 2, wenn ich das mache! So, es sind die Pins! Wie frech! Did I go? Okay, das geht mit dem Auto nicht! Ich bin voll weggeflogen! Ich glaube, wir haben einen fiesen Abstand für die Looping-Leute! Ich komme mal immer dazwischen, ne? Oh! Meinst du? Dann werden wir's ja sehen jetzt! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Ich hab den Sprung nicht! Oh, jetzt hab ich den scheiß Fehler mit dem Sprung! Ich hab ihn auch was nicht geschafft! Äh, ich hab ihn nicht geschafft! Jetzt hab ich den Weilen weiter drüber gemacht! Warst du gerade Erster gewesen, Alex? Ja, ja, ich war erster! Ja, dann, dann schaffst... Ja, dann war's ja... Wenn man dann im Sprung nicht... Ja, aber er hat ihn nicht geschafft, weil er erster war! Ah, na ja! Der heißt doof, ne? Einfach nur, weil die Strecke blöd gemacht ist, den Sprung nicht geschafft! Ist echt ärgerlich, also... Paine, hör auf, so ekelhaft zu sein! Ach, das war Paine! Ich dachte, das war zaut! Das war Interessanter, Alex! Ja, scheiße, jetzt muss ich den Checkpoint! Na gut, das Trenn ist eh vorbei für mich, ich fall von normalem weiter! Das ist eine Beleidigung im Sonderkreis! Oh, ja! Das Problem ist, ich komm halt nicht mehr rüber, weil ich jetzt bin nett und der Checkpoint ist doch an dem Ding! Paine, ab ins Buch! Okay! Wer kürzt denn da ab? Ne, hier will ich eigentlich mit einem Winch haben! Will ich da ausbrechen mit dem blöden Haufen? Paine! Links! Links! Links Wasser! Links! Hallo! Ich hab' mit euch jetzt mit! Paine! 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 Alex! Ich hab' mit euch mit ey! Lass mich los! Ich hab' mit euch mit ey! Gebt mir wenigstens den Winch an! Gibt es dir Wünsche? Hallo, Alter! Hallo, Alter! Komm, Alter! Wir holen ihn auf! Schau dich raus jetzt! Ja, ganz der Macken! Los, komm mit jetzt hier! Ist das da vorne immer noch Kapuze? Das darf nicht passieren! Warum machst du so was? Das darf nicht passieren! Ich hab meine Reifen mit einer Reifen eingereben! Ein richtiger Renfer! E-Pay, wenn ich jetzt das gewinne! Fahr vor mich, fahr vor mich, Alter! Da kommt Kunira und der Killer wieder! Du bist verrückt! Nein! Fack die Kulack-Track! Verrechst dich, Kulack! Das war übrigens selbst! Also, er hat mich gerammt! Ich hab uns da stark! Du hast da rechts gefahren! Ich wollte nach links! Ja, das hättest du auch ein bisschen friedlicher lösen können! An meinem Auto ist kein Kassler! Wir sind ja nicht bei der Demokratie, ja! Ich fahr längst, Aldo! Ich fahr längst, Aldo! Nein, die schafft den Sprung nicht! Ich bin erst und das war's! Doch, 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 oder? Ja! Du fliegst nur weiter als ich, obwohl ich Windschatten habe! Ja, ich hab nach vorne gelingt! Das wär aber ärgerlich gewesen! Ja, wenn du nach vorne drückst, fliegst du weiter mit dem Auto! Ich muss hier leider wieder Saltos machen, Juli! Das geht nicht anders, Naturgesetz! Ich bin ja offiziell letzter und ich bin trotzdem langsamer als ihr! Ja, ist nett! Also, ob irgendwie mein Auto kaputt ist! Der blöde Rückweg wird mich killen! Also, jetzt! Ja! Juli, der hier ist gefährlich! Der ist nämlich gar nicht so viele Saltos möglich! Oh Gott, jetzt kommen sie alle, vorsichtig! Okay, ich bin bereit! Ich muss, ich muss verteidigen! Da kamen wir nicht dran! Jetzt bin ich aber nicht echt! Noch ne Runde! Ja, Payne, du hast es gesehen! Kapuze, Top 10! Ist nicht schlecht! Bin ich doch gar nicht! Doch! Auf jeden Fall bist du ein Top 10! Alex ist 10 Tag! Ja, Peter, ich war dringend! Aber ich war fast Erster! Also, ich war Erster! Ja, alle in dem Top 10 waren fast Erster! Komm, darf ich noch den Looping? Oh, ich darf noch nicht mehr machen! Jetzt war fast! Jeder ein Gewinner! Oh! Kapuze, ey! Ach, schade! Das war so gut! Wir alle sind Sieger! Ja, auch wenn einer nur gewinnen kann! Auch der Kunne, aber der Kunne nicht! Der hat mich überholt! 39.000 Cash hat die Strecke gegeben! Wirst du danach normal weitergefahren hättest du? Oh, da bin ich ja! Du hast mich aus einer anderen Angebracht! Ja! Gib dir den Daumen runter für den Scheiß da! Ja, ist okay gewesen! 0,68%! Ja, richtig! Du musst dann an einer Stelle halt testen, ja? Dass der Erste rüberkommt, muss halt sein! Ja, wahrscheinlich wenn du mit einer Person fährst, kommt der Erste ja auch rüber! Ja, klar! Wenn du alleine testest, dann kommst du immer rüber! Ey, das Aufhol schalt der Erste ein, wenn du mehrere Leute hast! Also, ja, ja! Also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich ja sagen würde, aber nein, ich mag trotzdem nicht! Nein, Spaß! Hauptsache, er lügt! Das sind eigentlich nur 7 Strecken in der Liste! Äh... Stimmt! Früher Schluss heute! Skandal! Oder gleich eine XXL-Folge! Also, Gelb hat Pech gebracht! Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Farbe nehmen! Also, die 7-Strecke muss lang sein! Vielleicht hier so? Ja, die ist Point-to-Point! Oder wir machen eine extra lange Folge! Ja, aber das kannst du ja bei Point-to-Point nicht! Doch! Wir fahren einfach alle am Ziel vorbei und fahren noch eine Runde! Nein, aber dann, ich hasse den Game! Alle sagen, wir machen eine Folge mit drei Rennen! Aber du weißt ja gar nicht, wann die kommt! Also, du... Wir moderieren ja meistens ab, bevor wir sehen, was die letzte Strecke ist! Jetzt? Ah, doof! Ne, ne! 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 Wir machen einfach drei Rennen in einem Part! Das wird schon eine gute Rundkursstrecke sein! Hab ich gesehen! Wird krass! Wird XXL! Bisher war gar keine Point-to-Point-Fostrecke dabei! 24 Stunden! 24 Stunden! Ey! Ich hab die Playlist schon fast fertig! Oh Gott! Ich will hier bitte noch vorher irgendwie... Items! Rammer da rein! Rammer da rein! Rammer da rein! 1 Stunde Eier! 1 Stunde Däschung Däschung! Items schon wieder eingerammelt! Wird da für bezahlt! Ich bin der Real mit Zerbit-Stroch! That was ist der Leuchte! Man hat den über den ersten Mal, oder? Maru ist mein Retter! Oh, komm! Auf die Gangspunk Spitze! Oh, dann haut erstmal Hotta aus! Nein! Das war ein Hotter! Ich wollte dich gerade nicht. Willst du einen Wurst? Oh oh! Alex! Wow! Was ist hier los? Ich weiß nicht, wer das gewesen war, der hier den Wurst verteilt hat. Ich meine, das war der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Kapuze! Kapuze! Oh Gott! So toll war das eigentlich gar nicht. So toll war das eigentlich gar nicht. Das war wirklich nicht toll. Also nur ganz leicht. Alex! Weißt du, ich fahr Kapuze den Spiegel ab, und du haust ihn halt einfach an. Ich hab gar nicht so toll gelenk. Guck mal, ich mach das bei mir. So hab ich bei ihm gemacht gerade, so. Was ist das mit dem Auto? Was ist das mit dem Auto, Alter? Schade, gerade fast. Alex hat zum Detonation-Fahr. Mein Auto explodiert halt völlig nicht. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das ist ein Scheiß, ey. Wieso explodiert denn das so bei dem Auto? Was ist das mit dem Auto? Ich schaff den Sprung nicht. Tja, oh das ist natürlich schlimm, wenn man den Sprung nicht schafft. Das ist ja schade. Komm, ihr müsst auch holen, Ben. Oh oh oh! 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 Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Das ist ne Runde. Zwei Runde immer. Markus, ich krieg irgendwie in die Kamin-Schatten von dir. Die Strecke gefällt mir. Einfach super Chaote. Jetzt, jetzt. Anni, Anni, bevor die Kurve kommt. Oh, nein, nein, sorry, sorry, sorry. Der wollte dich kühlen lassen. Ja, ich hab's gesehen. Wollte ich nicht, und wenn du sowas verpreist... Oh, schön. Du musst du kurz ein bisschen fangen. Da vorne sind sie alle. Meine Runde! Da siehst du... Nein! Da sind die Fenze, die sind wir ohne. Eine Runde. Selbst der Wurm hat noch angestunken. Na klar hab ich. Ja, da sind wir wieder dran da hinten. Guck mal. Rennfahrer bin ich. Na, sind bis jetzt immer noch... Guck, dann ist es gefährlich. Entstehendes Wasser. Versucht euch mal ganz leicht an den Spiegeln zu berühren, Leute. Da vorne. Ganz leicht an den Spiegeln. Ich möchte gerne niemanden am Spiegel... Dalu, hör auf! Was denn? Du versuchst meinen Spiegeln. Mach dir auch nicht sein Trick. Nein heißt nein. Genau. Achtung, komm bitte zuerst die Kode. Ja, ich mach immer... Eine Türlänge Abstand, ja? Eine Türlänge Abstand. Habt mit Leid, Dalu. Du hast... Hahahaha. Das ist mein Päschen. Eine ist an der Bann hängen. Alter, das ist nicht gelaufen. Die zwei die Leidplanke, die spielt gegen mich. Petsch die raus. Raus petschen. Juli. Hahaha. Ich lache. Wie hast du im Horror finden? Juli hat sogar gebremst, ja? Das fand ich sehr nett. Wuii. Oh, 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 oh Gott. Ich brem's auch. Wir machen Ehrenmänner. Hallo, Markus. Oh, guter Ehrenmänner. Alex ist das versucht jetzt zu fahren bei der Video-Druck-Kabel. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Echt? Da wird's angestiegen. Da bin ich aus der Mitte raus. Oh, du bist ganz gut. Ich komm mal dazwischen, ja? Oh, oh. Anne, guck mal, wie schnell sie ist. Da sind wir wieder. Fahrrad besser. Nee, das ist die Killer-Kurve. KKK, Killer-Kurve. Okay, hier war ein Unfall. Hier war ein Unfall, items. Weißt du, wie der Alex bei mir gemacht hat? Soll ich dich mal zeigen? Ja, zeig dir mal wer da, du. Oh, items. Guck mal, items. Und das geht niemals gut. Was geht? Niemals gut. Ich bremse ein bisschen. Das ging gut, das ging gut. Kommen wir langsam runter? Schafft items. Ich hoffe, items ist noch. Idems kommt ran. Ich bin da drauf getroffen. Okay. Wo ist er? Da ist er. Wo bist du? Oh nein, ich will eigentlich gar keinen Winsch haben. Aber ich bekomme einen Winsch. Jetzt macht jeder eine Spur, ja? Ihr sind genug Spuren. Oh, gerade. Halt euren Fuß. Waren wir die Bande in einer Pfand Hotter? Oh, jetzt ist das richtig intens. Das geht schief, Hotter. Ich guck mal! Nein, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz weit hoch! Windschatten holen kann man sein, es ist vorbei. Nein, schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Wiederhol das noch! Ich bin auch mit dem Schatten! Schleif weg! Neiiiiiii! Was ist denn ein Ende? Du kriegst nie wieder ein Medi-Pack von mir! Was für ein Ende! Ich glaube, du hast nicht in GTA angezogen. Du kriegst nie wieder ein Medi-Pack von mir! Nie wieder eine Eier! Wie ist das ein geiles Ende? Was ist denn das denn? Kaputze New Life-Regel! Nichts gibt's mehr! Jetzt werdet ihr euch die Zeiten sehen! Der sieht gut aus! Hättest du mich nicht gerammt! Hättest du noch ne Chance gehabt kaput! Ja dann kam der blöde Alex! Ja! Zweiter! Alex war schnell so gut gewesen! So! Ja Leute! Lasst ein Däufchen da und schaut bei einem anderen vorbei! Bis zum nächsten Mal! Tschau! Tschüss! Zeit! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020